Sie haben einen Vaginalpilz? Ja, kein Problem. Hier sind die Milchsäure-Zäpfchen und alles wird gut. Oder auch gerne, oh, Sie müssen Antibiotikum nehmen oder müssen aufpassen, dass Sie keinen Pilz bekommen. Also hier sind die Milchsäure-Zäpfchen, damit kann dann nichts passieren. Warum das so nicht ganz stimmt und zum Teil sogar kontraproduktiv ist, erzähle ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, die liebe Milchsäure und die Milchsäure-Bakterien, die sind ja für eine gesunde Vaginalhaut und ein gesundes Milieu enorm wichtig. Stimmt auch zum Teil, aber sie können eben auch nicht alles und sind auch begrenzt einsatzfähig, wenn es um einen Vaginalpilz geht. Das möchte ich gleich noch erklären. Zunächst müssen wir uns einmal anschauen, wie sieht denn eigentlich eine gesunde Vaginalwand aus und was macht sie überhaupt gesund? Das ist ja etwas, was viele gar nicht wissen, warum das Ganze so funktioniert, ein saurer pH herrscht und dort keine Infektionen im gesunden Zustand stattfinden. Das liegt an diesen Döderlein-Bakterien. Der Herr Döderlein hat diese Milchsäure-Bakterien oder auch Lactobacillen gefunden und hat sie nach sich benannt. Deswegen heißen sie auch oft Döderlein-Stäbchen, weil es Stäbchen-Bakterien sind. Und diese Milchsäure-Bakterien machen was ganz Faszinierendes. Sie schnappen sich nämlich abgeschilferte Zellen der Vaginalwand. Ob es unsere Haut ist, auf dem Arm, an den Beinen oder auch in der Vaginalwand, da schilfern ständig und täglich millionenfach Zellen ab. Und diese Zellen werden quasi als Nahrungsmittel für diese Döderlein-Stäbchen genutzt. Die futtern die einfach, weil in denen drin ist ein Molekül, ein Zuckermolekül, was sich Glykogen nennt. Die wollen also an das Glykogen ran. Und besonders einfach haben sie es da in der zweiten Zyklusphase. Denn hier steigt das Progesteron, das weibliche Gelbkörperhormon, an und das zersetzt diese Zellen. Es kommt zu einer Zytolyse, nennt sich das Ganze. Also diese Zellen brechen auf und zum Vorschein kommt das Glykogen. Und diese Döderlein-Stäbchen, die stürzen sich auf das Glykogen und verstoffwechseln das natürlich. Und dabei rauskommt hinten, wenn man so möchte, Milchsäure, Laktat und ein kurzkätiges Zuckermolekül. Beides in Kombination ist ein Schlaraffenland für Candida Albicans, eine Pilzart, die für die allermeisten Pilzbefalle zuständig ist. Okay, den Fakt haben wir jetzt also schon mal. Candida liebt Milchsäure und liebt irgendwie auch Zucker. In der gesunden Vaginalwand sind millionenfach von diesen Milchsäurebakterien, die ständig dazu führen, dass Laktat, also Milchsäure, freigesetzt wird. Und das bringt so eine Vaginalwand dazu, einen sauren pH zu entwickeln. Der liegt nämlich ungefähr bei 4. Nur zur Erinnerung, der Magensäure-pH-Wert liegt bei 2,5. Also gar nicht mal so viel saurer als die Vaginalwand. Und dieses saure Milieu führt natürlich dazu, dass sich andere Bakterienarten und auch Pilzarten und auch Parasiten nicht so gut ausbreiten können. Weil eine gesunde Symbiose herrscht zwischen diesen überwuchernden Döderleinstäbchen oder Döderleinbakterien und diesen Pilzarten und den Viren und den Bakterien. Ja, ihr habt richtig gehört, in eurer Vaginalwand leben über 1000 Virenstämme, soweit man heute weiß, über 500 Bakterienarten und auch Pilz, wenn man sich denn nach der Pubertät und vor den Wechseljahren befindet. Denn jetzt wird es nochmal wichtig. Pilz braucht, und so die Döderleinstäbchen auch, Östrogenrezeptoren, die an diesen Zellen, an diesen Epithelzellen ausgebildet werden. Das sind so die Andockstellen. Fehlen diese Andockstellen, dann gibt es auch keinen Pilzbefall. Warum junge Mädchen und auch Frauen in den Wechseljahren, die überhaupt kein Östrogen in sich haben, keinen Pilzbefall bekommen können in der Vaginalwand? Ja, das ist schon mal ein Fact, den du so vielleicht gar nicht wusstest. Kurzer Disclaimer in eigener Sache. Wenn du mehr Wissen haben möchtest und auch Online-Kurse mit mir sehen möchtest, dann kannst du mal bei www.richtigewissen.de vorbeikommen. Hier gibt es ein ganzes Portfolio von Kinderwunsch bis Geburt, bis nach der Geburt, Erziehungsfragen, kinderärztliche Notfallkurse. Hier gibt es das ganze Potpourri an wichtigen Informationen rund um Familiengesundheit. Schaut gerne mal auf der Website vorbei. Und jetzt geht es weiter im Text. Diese Östrogenrezeptoren sind natürlich auch beeinflussbar, jetzt nicht nur vom Alter, sondern eben auch von Medikamenten. Die Pille mal so als Klassiker oder aber auch Stress, Rauchen. Das sind alles Faktoren, die dazu führen können, dass diese Rezeptoren weniger werden. Und schwupp, können sich da auch die Döderleinstäbchen nicht mehr profilieren. Und es kommt zu einer sogenannten Dysbiose. Andere Bakterien, Arten, Viren und auch Pilze können überwuchern. Und dann kommt es eben so einer klassischen Sorkulpitis oder auch Vulvitis, also einem Pilzbefall. Und jetzt ist oft der Reflex, ich arbeite mit Milchsäure. Ich mache mir Milchsäure rein und das muss ja toll sein. Auch nach einer Antibiotikatherapie zum Beispiel. Aber nehmen wir mal die Antibiotikatherapie. Was passiert denn da? Ich nehme Antibiotikum wegen was auch immer. Und meine Bakterien werden getötet. Auch die in der Vaginalwand, auch die Döderleinstäbchen. Die sind also nicht mehr da und können dementsprechend auch keine Milchsäure mehr bilden. Das ist natürlich doof. Wenn ich jetzt dem Körper aber nur Milchsäure gebe, dann bringt das dem Körper nichts, weil diese Bakterien müssen ja her, die langfristig eben diese Milchsäure wieder aufbauen. Also macht es viel mehr Sinn, mit diesen Lactobacillen zu arbeiten. Döderleinstäbchen gibt es als Kapseln, als Zäpfchen. Gibt es aber auch Oral als Prä- oder Probiotika auch nicht schlecht, um eben eine Vaginalwand wieder aufzubauen. Die Milchsäure alleine bringt es also nicht so. Ganz im Gegenteil. Wir haben gehört, Pilz liebt Milchsäure. Der kann sogar unter solchen Bedingungen gut wachsen. Wenn ich jetzt also einer Frau wegen Pilzbefall prophylaktisch oder auch therapeutisch sogar Milchsäure gebe, ist das sogar kontraproduktiv. Mit einer einzigen Ausnahme. Und das ist jetzt wichtig, sich hinter die Löffel zu schreiben. Clotrimazol ist ein Mittel gegen Pilz. Und je mehr ich einen Pilz dazu anrege, zu wachsen, zu proliferieren, desto mehr Angriffsfläche bietet der. Der macht also so Mycelien. Das sind wie so kleine Ausläufer, Ärmchen. Und dadurch vergrößert er die Oberfläche. Und je mehr Wachstum ein Organismus hat und je mehr Oberfläche, desto mehr Angriffspunkte hat ein Medikament. Wenn ich also dieses Clotrimazol, was in gängigen Pilzmittelchen drin ist, zusammen mit Milchsäure anwende, dann habe ich höhere Heilungschancen. Das ist die einzige Ausnahme, warum man Milchsäure bei einer Infektion mit Candida gibt, zusammen mit Clotrimazol. Und das ist wirklich die einzige Anwendung. Grundsätzlich ist also der Gedanke, Milchsäure der Vaginalwand zurückzugeben, ja gar nicht verkehrt. Aber beim Pilzbefall ist es wirklich kontraproduktiv. Und wir müssen ja daran denken, wir brauchen ja die Produzenten jetzt wieder mehr. Ich arbeite also viel lieber mit Döderleinkapseln, mit Döderlein-Zäpfchen und Milchsäure, als mit Milchsäure alleine. Und ganz zum Schluss möchte ich noch zwei wichtige Sachen sagen. Erstens Finger weg von irgendwelchen Vaginalduschen, Vaginalparfüms, was weiß ich. Nicht alles, was in deinem Körper drin ist und Vagina ist innen drin, gehört nicht gewaschen. Ganz einfache Regel, denn wenn du diesen pH durcheinander bringst, durch irgendeine bescheuerte Lotion, es tut mir leid, dann passiert genau das, was wir gerade beschrieben haben. Dann kommt es zu einer Dysbiose. Also von Vaginalsteemings, Lotionen, Waschcremes, keine Ahnung, Finger weg. Die Vulva, was außen ist, das kann man von mir aus ja waschen. Da kann man von mir aus mit irgendwelchen Milchsäuren, Intimpflege, was übrigens auch nur eine Marketingstrategie ist, weil die Vulva braucht nicht Milchsäure oder ein pH von 4. Die kann mit ganz normalem, warmem Wasser gereinigt werden. Aber von mir aus, da könnt ihr das draufschmieren, aber Finger weg von der Vagina bei der Reinigung. So, in dem Sinne, wenn euch noch ein Thema dazu interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch dieses ganze Konzept interessiert und auch gefällt, dann lasst mir ein Abo da und ein Like. Dann wird das Ganze im Algorithmus noch ein bisschen nach oben gespült. Denn, seien wir mal ehrlich, Gynäkologie ist Nischenprodukt. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Tag und ich kriege den Abschluss nicht hin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.